Hi, kommt doch mit, dann schauen wir uns das Logistikzentrum mal von innen an. Morgens 6 Uhr in Karlsruhe. Die Schicht beginnt. Nach dem Wareneingang gehen wir nun weiter in den Warenausgang. Also in meiner Ausbildung als Fachlehrer bin ich jeden Tag in verschiedenen Orten und heute bin ich in Hochregal. Mit der Greif-Hebe-Hilfe können wir pro Tag 200 Tonnen Bremsscheiben im Lager bewegen. Das ist so viel wie 40 Elefanten. An spannenden Weiterbildungen bin ich zum Teamleiter aufgestiegen. Weitere Schulungen helfen mir nun dabei, meine Aufgaben erfolgreich zu meistern. Ziemlich laut hier, aber dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Für die Noise-Canceling-Kopfhörer haben wir uns bei Piloten im Cockpit inspirieren lassen. Wir setzen auf moderne Visualisierung der Störungen, um schnell vor Ort zu sein, damit im Lager alles glatt läuft. Feierabend. Ich übergebe jetzt an die Spätschicht. Ich übergebe jetzt an die Spätschicht. Bis zum nächsten Mal.